Guten Tag, mein Name ist Sascha Rabe und heute spreche ich mit dir über das Thema Sparen versus Konsumieren. Wenn du heute im Monat 50 Euro konsumierst, vielleicht weil du dir alle paar Tage einen Kaffee kaufst, weil du vielleicht am Wochenende im Club 50 Euro unnütz verkonsumierst, weil du vielleicht Dinge kaufst, die du nicht wirklich brauchst. Also 50 Euro im Monat verkonsumierst und wenn du auf der anderen Seite dieses Geld, diese 50 Euro im Monat und Monat sparen würdest und du bist heute 20 Jahre alt, dann hast du im Alter von 60 Jahren je nach Performance zwischen 30 und über 100.000 Euro angespart. Verzinsung liegt in dem Beispiel zwischen...